Hallo Leute, Geekter von Joystick Junkie hier bei einem neuen Unboxing Video. Diesmal zeigen wir euch, was die Explorer Edition von Uncharted 3, Drake's Deception, beinhalten. Schon vor dem Öffnen seht ihr einen kleinen Ausschnitt der Reisebox, welche beim Herausnehmen das Weltkartenmuster im Uncharted-Design enthüllt. In der Box sind laut Naughty Dog ungefähr Platz für 19 Blu-Rays, somit dürfte uns die Uncharted-Reihe noch mit so einigen Titeln bescheren. Der eigentliche Inhalt der Box ist noch entzückender als das Aussehen. Beim Öffnen der Truhe springt euch förmlich die Collectors Edition von Uncharted 3, Drake's Deception entgegen, welche in einer speziellen Hülle geliefert wird. Mit dabei ist auch ein linsenrasterförmiges Artwork, das den 3D-Effekt des Abenteuerspiels deutlicher zur Geltung bringen soll. Ein Coupon-Code gewährt euch Zugriff auf neun herunterladbare Inhalte zu dem Mehrspieler-Modus, größtenteils Waffen- und Aktionsboni. Die Replika von Nathan Drake's Gürtelschnäue mit einem Hufeisenaufdruck kann auf jeden beliebigen Gürtel angeschlossen werden. Das Highlight der Explorer Edition ist neben der überwältigenden Reisebox ohne jeden Zweifel die Nathan Drake-Figur, welche mehrere bewegliche Teile wie Schal, Umhängetasche und sogar eine kleine AK-47 besitzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist für funk, 2017 ein Wunderschöne wie Schal. Dieodziankanie wunderschöne wie Schalke ist mit einer besseren Überlegung von continentalemalen die neue Kam-Ausheit für die дел amet. Let's beheader. Ich bin Mama Fäkt. Der Ring von Sir Francis Drake inklusive Lederband in der Explorer Edition. Mit dessen Hilfe konnte Drake im ersten Teil den Versteck einer uralten Grabkammer ausfindig machen. Um das gesamte Video noch etwas interessanter zu gestalten, verlosen wir im Rahmen eines Gewinnspiels jeweils ein Exemplar der Standard- und der Collectors Edition von Uncharted 3, Drake's Deception. Nähere Details zu dem Gewinnspiel und zu dem Spiel selbst findet ihr auf joystickjunkie.at. Untertitelung des ZDF, 2020